Wenn du jetzt meine Stimme hörst, dann hörst du Podcasts. Diesen, den Stimme wirkt Podcast und vielleicht noch viele andere Podcasts. Lass uns doch heute einmal darüber diskutieren, was du von gut klingenden Podcasts für deine alltägliche Arbeit in Online-Meetings über Zoom oder Teams lernen kannst. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wir haben uns in der letzten Episode mit Podcasten befasst. Jetzt denkst du da vielleicht, ich habe ja gar keinen Podcast. Uninteressant. Nein, wir möchten dir heute mitgeben, was kannst du aus der Welt des Podcasting für dich, für deinen Alltag gebrauchen? Was hilft dir bei Meetings? Was hilft dir bei Online-Konferenzen? Was hilft dir, wenn du online irgendwie kommunizierst? Lieber Arno Fischbacher, ich habe das letzte Mal euch angeschaut, was in der Podcast-Welt derzeit so abgeht. Und wir wollen uns heute anschauen, was können wir aus der Podcast-Welt lernen für unseren unternehmerischen Alltag, für unseren Office-Alltag und vielleicht auch für den privaten Alltag. Es ist ja für alle Bereiche mittlerweile ist es eingezogen, sogar bis in die Schulen hinein, dass das zum Teil online stattfindet. So ist es, lieber Andreas. Andreas Giermeier von Lernen-der-Zukunft.com. Das hat mit Lernen unter anderem auch etwas zu tun, aber das kann natürlich auch mit dem Gespräch mit der Großmama oder mit den Eltern aus dem Urlaub zu tun haben. Wie klingt das, was am anderen Rechner ankommt, wenn du sprichst? Und das allererste, was mir einfällt, weil ich es so oft im Alltag höre und mir immer wieder denke, kann das wahr sein? Das ist eine miserable Akustik. Denn du kannst alle Empfehlungen, die wir jetzt seit 360 Podcast-Episoden euch geben, wie wärmst du deine Stimme auf, wie artikulierst du präsent, wie Sprechpausen, wie tust du das alles richtig, wenn dein Setting und der Raum, in dem du sprichst, so miserabel beisammen ist, wie ich es jeden zweiten Tag höre im Alltag. Also die Leute sitzen bei offenem Fenster, der Computer ist ungefähr fünf Meter weg von ihnen und sie sprechen. Und sie haben nur ein internes Mikrofon, das im Computer drinsteckt. Also solche Sachen sind leider Alltag. Es ist wirklich so. Es ist gräulich manchmal. Aber jetzt ist die Frage, siehst du, also ich denke, was geht dir jetzt, wenn du zuhörst? Ich höre ja fast, was du jetzt denkst. Du denkst, na ja, aber ich kann mir da kein Tonstudio einrichten und der Fischbacher redet groß oder der hat da ein Neumann-Mikrofon vor sich und ein Mischpult und ich weiß nicht was alles. Ja, nee, das brauchst du nicht. Jetzt lass uns mal schauen, was sind die Ingredienzien guter Verständlichkeit in der Online-Kommunikation. Bevor wir zur Technik kommen, also bevor wir all zu dem kommen, was ein bisschen Geld kosten mag, schau mal, wie dein Raum klingt. Oh ja. Besonders anstrengend für deine Zuhörer, wenn du online arbeitest, ist Nachhall. Also wenn du in einem Büro oder in einem Raum sprichst, der, also die Akustik, also der Ton, der sich im Raum verteilt, verteilt sich dort im Grunde genauso wie das Licht. Das Licht wird reflektiert, wird gespiegelt, wird von glatten Flächen hervorragend gespiegelt, von rauen Flächen weniger weitertransportiert, sondern eher absorbiert und dasselbe gilt für den Schall. Wenn du jetzt sprichst, dann soll das, was aus deinem Mund herauskommt, an heißer Luft, also an wohlklingender Stimme, soll bitte schnurstracks ins Mikrofon hineingehen und nicht gleichzeitig über 27 Ecken des Raumes groß verteilt und von dort auf dein Mikrofon zurückgespiegelt werden. Das ist nämlich das, was man Nachhall nennt. Die Verarbeitung von so einem halligen Sprachsignal für deine Zuhörer, das ist das, was unfassbar anstrengend ist. Du musst ja bedenken, das Gehirn ist jenes Organ im Körper, das am meisten Energie braucht, anteilsgewichtsanteilsmäßig im Körper, oder? Und du mutest jetzt deinen Zuhörern, wenn du aus einem halligen Raum sprichst, mutest du dem Gehirn deiner Zuhörer zu, dass sie ununterbrochen den Nachhall wegrechnen, um das Primärsignal, also im Grunde das Direktsignal deiner Stimme herauszurechnen. Und in kürzester Zeit bist du müde, unkonzentriert, du verlierst den Faden. Und naja, was das online, wenn du jetzt im Zoom-Call oder im Teams-Call bist, was das für Auswirkungen hat, das brauche ich dir nicht erklären. Du wunderst dich dann, wenn du siehst, dass die Augen deiner Teilnehmer vom Bildschirm weggehen oder dass sie ihre Kamera ausschalten, naja, weil sie in der Zwischenzeit das Handy in der Hand haben, oder am Bildschirm ein Fenster aufmachen und irgendwas tippen und arbeiten. Also achte auf die Raumakustik. Was kannst du tun? Du kannst zum Beispiel schauen, also horch mal hin, wie klingt der Raum, dann schau mal, wo ist Stoff in dem Raum? Hast du irgendwelche Reflexionsflächen, die du nutzen kannst? Kannst du Vorhänge zuziehen? Kannst du, wenn du ein Büro hast, vielleicht irgendwo einen Stoff einbauen, ob es ein Vorhang ist oder ob es ein Teppich ist oder ob es ein Wandbehang ist? Akustikelemente übrigens, die kriegst du heute im Versandhandel um ganz kleines Geld und die sind wunderbar designt. Die gibt es in allen Formen und in allen Farben. Da hat sich unglaublich viel verändert, als ich mein Studio eingerichtet hatte. Da habe ich eigenhändig Basotec, das ist so ein BASF-Akustik-Schaum, Quadratmeterweise, ich glaube 30 Quadratmeter Basotec, da habe ich hier verklebt, 10 Zentimeter. Das ist nicht nötig. Du kriegst heute, brauchst du nur googeln, Akustikelemente, da kriegst du sechseckige Formen oder so Paneele, die wie so Raumteile aussehen, kriegst du für kleines Geld. Und schwuppsdiwupps, du wirst dich wundern, um wie viel die Akustik, also der Klang, der übertragen wird an deine Gesprächspartner und Zuhörer, sich verbessert. Ich meine, in Privaträumen geht es vielleicht generell besser, wenn da Vorhänge, wenn Teppichböden und Ähnliches vorhanden sind. Aber insbesondere in Offices ist es ja häufig nur mehr so, dass da praktisch nichts mehr an Stoff vorhanden ist, sondern maximal irgendwelche Jalousie und Ähnlichem. Ja, es ist so lustig. Ich kenne eine ganze Reihe von Stories von Journalisten, von Kollegen, die in der Covid-Zeit sich im Kleiderschrank versteckt haben mit dem Mikrofon, weil inmitten all dieser Kleider du eine sehr nüchterne Akustik hast. Da gibt es keinen Nachhall, weil die vielen Kleider abdämmen und am Ende die Reportage oder was immer es war oder der News-Beitrag, der produziert wurde, so geklungen hat, als wäre sie im Tonstudio aufgenommen. Wie heißt das? Nullraum oder wie heißt das? Naja, wenn du einen schalltoten Raum erzeugen willst, dann musst du ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Mein HNO-Arzt hat sowas zum Beispiel. Wäre das der Name? Ich glaube, also im Kasten, also wenn man dann im Kasten sitzt, wäre das so? Dann hast du einfach eine sehr, sehr gedämmte akustische Situation mit Nullnachhall und dann nimmt das Mikrofon in der Tat so gut wie nur das auf, was direkt aus deinem Mund über das Mikrofon weitergeleitet werden soll. Also erst einmal haben wir jetzt den Heil, der stört. Habe ich jetzt gerade Mikrofon gesagt? Das wäre zum Beispiel so ein zweiter Punkt. Ja, genau. Ich meine, die so moderne Laptops haben überraschend gute Mikrofone eingebaut. Okay, ja? Okay, kann man nicht sagen, das klingt gar nicht so schlecht. Aber wenn du jetzt etwas auf dich hältst, dann empfehle ich doch, überlege, ob es nicht doch lohnt, wenn du viel online arbeitest, ob du dir nicht ein entsprechendes externes Mikrofon zulegst. Mit externem USB-Mikrofon in guter Qualität erhältst du ab, ich würde sagen, 60 Euro bist du mit dabei. Das ist für die vielen Online-Meetings, die du wahrscheinlich auch täglich hältst, wo du sprechend gefragt wirst, ist das keine wirklich große Investition? Plug and Play, das steckst du an, USB meistens, ja. USB, das steckst du an, das definierst du in deinem Rechner und schon hast du wunderbaren Klang. Also das lohnt allemal, denn dadurch klingst du auch viel näher, deine Stimme klingt deutlich präsenter und du musst jetzt nicht so in den Raum hinein sprechen, weil du das Gefühl hast, du müsstest laut sprechen. Das heißt, die ganze Klangqualität verbessert sich und wiederum gelingt es besser, Beziehungen aufzubauen zu deinen Gesprächspartnern und Zuhörern. Nebenbei bemerkt, es ist ja auch eine Frage des Personal Branding, denn stelle dir mal vor, du schaltest den Fernseher ein und du siehst tolle Bilder und dann hörst du irgendwie so eine Stimme, die so gedämpft aus der Entfernung klingt, dann schmeißt du den Film weg. Du schaltest sofort ab. Du wirst nicht zuhören. Weil die unbewusste Macht der Akustik, die wird ja ganz massiv eingesetzt in jedem Film. Würdest du dich im Nachhinein, nachdem du einen Film angesehen hast, fragen, welche Musik du da gehört hast, manchmal könntest du es gar nicht sagen, weil du es bewusst nicht wahrgenommen hast. Also die akustische Qualität, die spielt eine unglaublich große Rolle. Darum dringende Empfehlung, wenn du viel online arbeitest, kümmere dich darum. Da gibt es jede Menge auf YouTube, jede Menge Tutorials, was das Bessere ist. Reviews, ja, ja. Genau, was du kostengünstig dir einkaufen kannst. Es gibt eine Menge an richtig guten Podcast-Mikrofone mittlerweile. Genau, das für deine Ansprüche genügt, ohne dass du jetzt 1.000 Euro ausgibst für Ton-Technik. Nicht nötig. Ja, ich muss persönlich auch sagen, also ich selber habe da eins um knapp 100 Euro und bin da wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Also ich weiß nicht, 100 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Und das ist wirklich eine ganz einfache Geschichte, sich das anzuschließen. Die Leute meinen immer nur, das sei so eine Riesenhürde. Und weil du gesagt hast, die Laptops hätten so gute Mikrofone, also ich habe kürzlich die Erfahrung gemacht, dass sogar das MacBook ein ziemlich schlechtes Mikrofon hat. Weil im Vergleich dazu haben wir dann das iPhone getestet. Und das iPhone hat ein faszinierend gutes Mikrofon. Insbesondere auch diese Kopfhörer, die es da auch gibt, also die anschließbaren Kopfhörer von Apple, die weißen. Nicht die AirPods, die sind nicht so gut, sondern die anderen, die ja noch anschließbar sind. Das war wirklich ganz, ganz tolle Qualität. Das war schon in der Covid-Zeit, war das die Losung. Wenn du auf Clubhouse zum Beispiel dich unterhalten hast, dann war immer die Empfehlung, nimm deine Bluetooth-Kopfhörer aus dem Ohr raus und stöpsel dir die Kopfhörer, die kabelgebundenen Kopfhörer an. Ja, absolut. Macht einen großen Unterschied. Jede Einschränkung, also auch die Übertragung über Bluetooth, mindert wieder die Qualität. Das nimmt überall Facetten weg, deines stimmlichen Ausdrucks. Und ja, darum geht es. Nämlich sogar bei so Hochtechnologie-Unternehmen wie Apple ist das der Fall. Ja. Weil die werden ja jetzt auch nicht die unterste, untere Liga, sondern tatsächlich auch finanziell am höheren Niveau unterwegs, wo man meinen würde, die könnten das technisch hinkriegen, aber nein, nicht einmal die kriegen es hin. Also einfach darauf achten und durchaus im Sinne der Kundenbeziehung oder im Sinne des Service-Gedankens deinen Zuhörern, deinen Gesprächspartnern gegenüber, wer immer die sind, auch wenn die es vielleicht bewusst nicht wahrnehmen, unterschwellig steigst du im Image, also einfach in dem wie in der Wirkung, wenn die akustische Qualität deiner Stimme überzeugt. Ja klar, das ist wieder dieses, auch was wir mit der Elisabeth Mott schon gehabt haben, was sie mit Visuellen macht, mit ihrer Kleidung, ist da jetzt genau das Gleiche auf der verbalen Seite. Je professioneller, je seriöser, je souveräner du dann auch mit der Technik umgehst, also das ist ja auch dann die Übung zu haben, desto professioneller, souveräner und seriöser wirkst du auch. Das ist am Ende so. Es geht um Wirkung und unser Podcast heißt Stimme wirkt. Also insofern sind wir da ganz, ganz richtig, mein lieber Arno. Ich möchte noch gerne hinweisen, es gibt von dir deine Online-Akademie und auch darin kann man wieder eine Menge an weiteren Tipps sich holen, an weiteren Hinweisen, wie Stimme wirkt auf der einen Seite, aber eben auch, wie du Worte richtig verwenden kannst, um andere Menschen beispielsweise von deinen Ideen zu überzeugen. Danke für den Hinweis, lieber Andreas. Das um deine Stimme, um die Macht deiner Stimme in deinen Gesprächen und in deinen Präsentationen geht es in diesem Videokurs. Die Macht der Stimme im Gespräch nutzen, in der Präsentation nutzen ist das große Motto und in 16 verschiedenen Episoden oder Lektionen führe ich dich da mit Tagesaufgaben, mit Tages-Challenges, durch verschiedenste Aspekte deiner Wirkung. Da geht es um die Stimmqualität, also um moduliertes, ausdrucksstarkes Sprechen. Da geht es um kluge Strategie, wie du deine Rhetorik und deine Sprechweise nützt, um noch einfacher und besser zum Ziel zu kommen in deinen Gesprächen, wie du dich auch gut einstimmen kannst, selbst in Momenten, wo du nicht vorbereitet bist. Vielleicht kennst du auch so Situationen, wo jemand zu dir sagt, ach, Herr Fischbacher, sagen Sie uns doch bitte schnell im Meeting, oder? Erklären Sie uns doch bitte schnell, holen Sie uns doch bitte schnell ins Boot. Also wie schaffst du es, dass du in dem Moment, also nicht vor lauter Schrecksekunde, dann erstarrst und dann zu stottern beginnst, sondern wie holst du dir die Selbstführung in solchen Momenten und wie hast du eine einfache Blaupause, wie du inhaltlich die anderen immer bei ihren eigenen Bedürfnissen, bei ihrer eigenen Aufmerksamkeit abholst und selbst in festgefahrenen Situationen, wo nichts mehr geht, wo so Patz-Situationen entstehen, wie du mit Mitteln der Sprache und der Psychologie immer wieder dich und die anderen gemeinsam in Lösungsrichtung rausholst. Und wo findet man das? Auf deiner Homepage? Da gehst du auf tischbacher.com und da gibt es dann die Akademie. Genau, da findest du Navigationspunkt, der heißt Videokurs und da klickst du einfach drauf und dann holst du dir die letzten Informationen. Und da freue ich mich schon, wenn ich deine Buchung sehe, dann hole ich dich auch gleich mit einem kleinen Video ab und dann kriegst du noch eine persönliche Nachricht von mir und du hast im Rahmen dieses Videokurses, dieser WiseSales Akademie auch immer wieder die Möglichkeit, mich direkt und persönlich anzusprechen, wenn du Fragen hast und ich dich dann gerne persönlich begleite. Das ist Arno Fischbacher, immer overdelibern, ja. Und wir overdelibern hoffentlich auch für euch und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bitte gerne um Rezensionen, um Reviews, um Sternevergabe in Anführungszeichen auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr drüber und ihr helft uns damit, dass wir weiter machen wollen können und eben auch immer wieder neue Zuhörerinnen und Zuhörer für unseren Podcast gewinnen. Danke in eure Richtung. Ja, danke und danke für die tollen Feedbacks, die wir da in der letzten Zeit gerade wieder erhalten. Ja, also dann wünsche ich gutes Gelingen bei deinen allernächsten Teams oder Zoom-Calls oder wo immer du deine Stimme, vielleicht sogar im Podcast nutzt, um andere Menschen ins Boot zu holen und für deine Dinge, für deine Themen, für deine Ideen, für deine Projekte, Produkte zu begeistern. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher Dein Arno Fischbacher Dein Arno Fischbacher Vielen Dank.